Die Ausbildungs- und Studienmesse bietet wie jedes Jahr allen Interessierten die Möglichkeit, sich über diverse Studiengänge, Ausbildungsangebote und Weiterbildungsmöglichkeiten zu informieren. Vielleicht überzeugst du auch deinen zukünftigen Ausbilder vor Ort und sicherst dir den Vorteil gegenüber anderen Mitbewerbern. Du weißt noch gar nicht, in welche Richtung es bei dir beruflich gehen soll? Auch das ist kein Problem, denn mit zahlreichen Tests und Beratungsgesprächen kannst du herausfinden, für welchen Beruf du geschaffen bist. Du weißt nicht, was du zum Bewerbungsgespräch anziehen sollst oder worauf besonders zu achten ist? Mit kompetenten Ansprechpartnern, informativen Broschüren und spannenden Vorträgen werden alle Themen abgedeckt und es bleiben keine Fragen offen. Also, erspar dir den Sprung ins kalte Wasser und informiere dich auf der Sprungbrett der Ausbildungs- und Studienmesse in der Ebertalle. Weitere Infos findest du unter www.sprungbrett-lu.de